Scheeine. Scheeine! Das haben wir uns noch ausprobieren. Nee! Nee, nee, passt schon. Ich musste das von eben korrigieren, das ist nicht der Letzte noch Gute. Jetzt kommt er noch Tealus. Ja. Jetzt kommen die Gegner, die stärker sind als ich. Ach, echt? Ja, das war ja 100, jetzt kommt 101. Oh. Das tut. Ich werde aber, um eine schöne Kombo zu machen, werde ich mich erst mal Shen Todo vorknöpfen. Es ist ja hier fünf Gegner auf einmal und ich kann mich nur einmal heilen. Ja gut, ich habe noch Skills, aber die kann ich ja auch nirgendwo aufladen. Also werde ich mir erst mal Shantoto vornehmen. Order Sanctuary. Muss man auch aufpassen, weil wenn man da gute Brave hat beim Break, kriegt man es verdoppelt. Das ist eben das Dumme. Nur Shantoto kann man verarschen. Kann man verarschen. Okay, probieren wir es. Ich habe ja keine Wahl. Das ist ja eben halt so, wenn Shantoto nicht trifft, dann ist er ziemlich lange offen. Ja, hier siehst du, schon geht es los. Bravely Bonus 2. Das geht noch. 135. Naja, andererseits, wenn ich mal gucke hier. 100.692 Stopp. Bravely, das ist schon gemein. Mal gucken, was sie sagt. Du musst ja eigentlich alles runter machen. Die macht alles runter. Ich glaube, wenn die verliert, macht sie sich selber runter. Ich glaube, die macht sie sich selber runter im Kampf, wenn du verlierst mit. Nein! Ausdach. Was? Fick dich. Hm. Und ich dodge wieder rein. Ich dodge ihm wieder rein. Wieso? Fick dich mit deinem blöden Gift. Ich verstehe nicht, was Besseres an der Fick ist. Break. Ja. Nein, nicht Flair Store. Das ist immer ihr komischer Pumarang, oder was das sein soll. Nein? To our ability. Water. Ha! Dodge doch mal rein, bitte. Ich flehe dich an, bis sie seht. Oh, es hat funktioniert. Ja! Das hat einmal funktioniert, die Strategie. Macht zweimal das gleiche und dann was anderes. Ach, das funktioniert? Ja. Hast du gesagt, so was bringt es? Ich mache jetzt nichts mehr, bis Flair Store kommt. Das bringt es nicht. Wenn ich dann sowieso auf null Grunde, also gebrake, werde. Pass mal auf, nicht Coward's Punishment. Ähm, hier ist kein Punishment, hier ist nichts mit. Nein. Zum Glück. Fire mal Länger. Ja, komm. Aeroga. Aeroga! Hoha. Was meinst du, die erlernt noch andere Sachen, als wo du dir teuer und so? Wie geht's dir so auf den Zünder? Nein! Wieso? Erst mit einer Handvoll Schläge weg und dann... Was? Was? Au, 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 au. Tut. Hm. Wat? Wow. Yes! Got that! Sucker. Nein, das wollte ich... Das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Ich... Ha! Ja, in der Karten. In der Zeit des Gefechts kam. Mal schnell! Falschen Klopfen skrafen. Sorry, Leute. Das wollte ich nicht. Jetzt hab ich meinen Boost verkackt. Und Deko! Counter! Da geht's ja! Nicht gebraked! Scheiße! Rääääh! Na, ne, eben. Jetzt. Ja. Ist mir doch wurscht. Jetzt kriegt sie eine Handvoll Schläge! Nein! Ah, ja, toll. Toll. Seriously! Ich werde mich hüten, ich spare meinen X-Mode. Richtig so. No chance activated. Hahaha! Like Nelson would say it! Are you lucky that there was no enemy of mine! Ehe was no enemy of mine, das stimmt! Die gehen ja eigentlich. Tidus kann man auch verarschen, wenn man aufpasst, aber der ist scheiße schnell. Der ist scheiße schnell mit seinen Bravary-Attacks. Oh ja. Und vor allem, er hat auch Kombos. Der hat auch ganz schön fließe Verarschen. Die Finstere Seite, also die Bösen, die haben ja hauptsächlich Karstler-Charaktere, die brauchen keine Kombos. Aber den guten, da hat jeder, jeder, fast jeder Kombos. Na, ähm, Gorbaz hat auch einen Kombo-Attack. Wirklich? Ja, Gorbaz hat auch, der ist irgendwie kosmischer Strahl oder sowas. Cosmic Ray, nee, das ist kein Kombo, das kann er auch so machen. Aber das macht am meisten als Kombo. Was wollte ich machen genau, eine neue Summon rein, damit ich den Bonus von Summon Unused bekommen kann. Welch mal rausfinden, ich spiele ab und zu mal mit dem. Magic Pot Auto. Na ja, wenn es Auto ist, sollen die nur, wenn sie dreifache Brave haben, selber schuld, dann kriege ich das. Ihr könnt nicht sagen, ich bin unfair. Echt mal. Weil ich ja sowieso auf zweimal, beziehungsweise insgesamt fünfmal mit Auto einsetzen begrenzt bin. Habe ich irgendwas, was Berserk verhindert? Nee, oder? Leider nicht. Nein, leider nicht, schade. Obwohl, Blink... Ah, Prevents Berserk for one, ja, for one turn. Was bringt mir Einzug? Einzug bringt mir leider nicht so viel. Obwohl, wenn ich jetzt Blink reinhaue, dann mache ich Tidus. Dann kann ich mir vor Garland noch die Helf holen. Wenn ich den bräuchte. Ja, wer weiß, Garland ist nicht gerade zu unterschätzen. Der kann ganz schön reinhauen. Aber er hier, wir wissen ja, bei dem kriege ich Free-Hits, wenn er eine gewisse Sache macht. Ja, zum Beispiel, wenn er seine komischen, seine Attacke da macht, dann kannst du locker durchbärmen. Also, hauen wir mal Blink rein. Ich werde unsichtbar. So, dann machen wir Tidus. Versuchen wir es. 5023 ist noch solider. Werde bei einem Freund auf mein Video. Mein Video habe ich schon lange abgehakt, Leute. Gleichfalls. Tja, Brave-Bonus 1, 67. Ja, der hat auch mit Bonus noch weniger Start als ich. Oh ja, und. Die Musik ist geil. What's on your mind? Spill it. Was heißt Spoil? So viel wie sag's mir oder so. Out, das wollte ich nicht, natürlich. Du hast es gesehen, hab mal gleich mal die Führung und noch was abgezogen mit so'n billigen Ball. Ja natürlich, es ist ein Terrorballon auf Doom. Und das ist sein Move. Going down. Also ich sag, Tilos ist ja nicht so mein Juppie, weil seine Angriffe sind mir ein bisschen zu weird. Au. Was? Ach du. Ja. Ja, übertreiblich. Danke. Das war Auto-Use, hat sich selber eingebrockt. Ja. Komm doch her. Energy Rain. Den Energy Rain kriegt der nicht immer und immer wieder. Das nervt. Ich hab's zwar schon voll, aber ich hol's mir trotzdem. Echt mal. Wie magst du das? Ja. 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 Ultima zum Beispiel. Kannst du vergessen, wenn du da drin bist, kannst du dich nicht rauscanceln. Okay, meine erste Niederlage nehme ich hin, war auch unfair, weil der ist nur verdammt schnell. Den seine Moves. Ja. Ja. Du bist auf meiner Meinung. Auf meiner Abschussliste. Ja. 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 aber ich hab auch schon ein speckere Beispiel in dem Moment. Ja. 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 Also ich will ja mal nichts gegen Tito's persönlich sagen. Er ist eigentlich einer meiner Lieblings Final Fantasy Protagonisten. Aber als Gegner hasse ich ihn hier.